dann gucken wir mal machen wir das ein bisschen lauter das kann ich ausmachen und dann spielen wir heute kehrl gibt nach ich hoffe da hat nicht wieder so ein filter drauf weil sonst ist es für uns spielen kacke und hoffentlich geht es überhaupt damit das erzähl kann ich den ausmachen hat dort kann ich ausmachen na gut dann müssen wir uns so damit leben wird schon passen so wird auch kein bock oder irgendwas also ein bisschen zu schnell guten abend schläft schon wieder ah die ist neu okay ja mir geht es genauso die ist bestimmt die dumme für alles weil ist er neu er ist da lang immer erst links kann ich das echt nicht ausmachen ist so was haben wir da meine tasche alte computer würden die einen ins maul hauen da komme ich nicht rein hat nur nach dem aufenthaltsraum aus wo ja auch nicht rein auch nicht rein auch nicht rein und komme ich natürlich auch nicht rein ok aber auch nichts machen da war schon es ist zeit ich beeile mich besser wir beeilen uns ich gucke mir nur ein bisschen um auch zu ich kann rennen hallo hat das so richtig ich habe einen anruf von seiner tochter bekommen notfall ok das ist schon spät also wir müssen ja so auch noch noch aufräumen ja noch arbeiten danke risago und weg naomi auch bevor du gehst die schläft schon wieder im pausenraum oh was ist das zu schauen ok und left of the tunnel in the middle of the forest she was born armes mädchen vielleicht ist das die tussi aus inoyaki tunnel wo wir letztens gespielt haben also vor monaten die polizei konnte nicht herausfinden woher das kind kam konnte meinen augen nicht trauen ok also naomi wurde ausgesetzt und dann adoptiert und sie ist nett und sie ist nicht ganz bei sich emotionslos und hat anscheinend geheult aus dem patient ins andere reich gegangen ist ok also naomi ist sehr emotional und ja es ist schon dunkel wetten das ist unseres auch nicht wenn wir zu fuß gehen man ok dann gehen wir zu fuß oh klar moment ich muss ja alles in Ordnung haben so erst mal titel ändern beschnitten beziehungsweise spiel ich komme nicht nach haus muss ich nicht nach haus ach ja 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 notfall ist er hier in der nähe oder auch in einem alten heim oder was auch immer komme ich hier hin nein komme ich hier durch nö hier ist auch zu jetzt ist hier auch zu naomi wach auf mach deine arbeit und muss ich doch raus hier ist alles zu ich muss doch aus nachtschichten sind doch schön wiedersehen gut wo muss ich dann hin das ist nur ein bild huch huch ok wir können karten sammeln ok ich weiß nicht ob ich das möchte anscheinend müssen wir doch irgendwie weg aber 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 kann ich vielleicht auf den gehweg gehen das ist nicht der daten ah ok was rito icky nursing home errungenschaft ok aber da wir jetzt hier karten sammeln können will ich weiter gucken ich kann nur leider nicht lesen tut mir leid da oben und ja cd das kann ich lesen hier was karte ich rieche dich oder auch nicht wenn ein horrorspiel zum kartensammel wie wird also auch nix kann man da noch irgendwie am treten oder so hoch nö ok ich gehe mal nochmal ich sehe es am schatten und der schatten verarschte mich also bestimmt da lang da will ich aber nicht lang wie es ist der die 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 Vielen Dank. Ich glaube, hier finden wir keine Karten mehr. Ich bin mir nicht so sicher. Das ist nicht der richtige Weg. Die könnten mich ja um ehrlich zusammen Arsch lecken. Wenn ich Feierabend habe, habe ich Feierabend. Ist das eine Karte für mich? Ich dachte, ich hätte gerade was knurren gehört. Hallo? Ich sage, geh einfach rein. Hallo? Das Haus. Würdest du die Schuhe umziehen? Habe ich keine Taschenlampe? Ist hier jemand? Eine neue Karte. Würdest du das Fenster? Hallo? Hier ist ganz schön dunkel. Wissen Sie das? Was ist dieser Geruch? Hallo? Komm mal wieder da. Komische Geräuschkulisse. Da ist dicht. Da ist eine Karte. Warte, da komme ich nicht hin. Huch. Da ist sie. Da komme ich nicht raus. Hallo? Was ist denn das jetzt für ein Geruch? Von Spielerschreche bin ich, aber wie er meine Mutter niest. Da waren wir schon. Da ist ein Klon. Da ist ein Klon. Da ist ein Klon. Okay. Aber ich habe Kleidung. Das ist... Wow. Oder was auch immer. Da war ich schon, ne? Ja. Kann ich einfach wieder gehen? Ich bin gerade überfordert. Gerade warst du noch nicht da, Alter. Hallo? Hallo? Soichi-chan. Erschreck mich nicht wieder. Warum hast du nichts gesagt? Die Geräusche sind eklig. Was ist mit deiner Familie passiert? Sind sie alles außen? Hallo? Bist du okay? Soichi-chan. Nach all den Jahren, in denen ich diesen Job mache, glaube ich damit immer noch nicht klar. Ich brauche etwas, um das aufzuwischen. Klamotten vielleicht. Soichi? Ja? Hä? ich mag dieses haus nicht viel zu dunkel get rid of trash nein ich plündere nichts würde ich nie tun ich suche den alten mann ja auf einmal weg ist hallo es zoomt da hin und dann nach draußen was so ein schwein und ich musste gerade seine pisse weg machen jetzt darf ich ihn wieder suchen wie so ein hund ja wo bist du denn voll absicht ja glaube ich sollte hinten nicht sein du arschloch man erschreckt mich nicht dieses fiese grinsen bleibt da stehen ich komme gleich bleibt da stehen der alte mann ist gemein der ergötzt sich an erschreckenden kindern kann ich hier auch wieder rein irgendwie wo war das jetzt ich habe so im späten alter gefunden ja ich gehe mal weiter herausfinden was ich machen muss red mit mir was muss ich machen kann ich einfach wieder gehen wo muss ich ihn jetzt baden oder ich habe mich gerade von meinem eigenen schatten erschrocken herzlich willkommen im affenstall warum hänge ich bei solchen spielen immer bin ich wirklich so geistig unterentwickelt dass ich das nicht mehr hinkriegt sieht fast so aus ich will da nicht hoch und wieder dieser geruch es wird stärker er liegt doch hier bestimmt tot und wieder reiche von suichi ach wir sind eine frau ein